Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist eine Shifting-Meditation und ich werde dir ein paar Fragen stellen. Beantworte diese Fragen als dein DR selbst, also du in deiner DR. Und so auch so als wärst du schon längst geschiftet und wärst gerade in deiner DR. Ich würde für diese Meditation empfehlen, dass du dich in ein Bett legst und einfach in eine entspannte Position gehst. Das musst du nicht machen, du kannst auch einfach in irgendeine andere Position gehen, in der du dich gut entspannen kannst. Nur das wäre einfach meine Empfehlung für diese Meditation. Bevor wir anfangen, möchte ich, dass du alles, was du heute erlebt hast oder woran du noch gleich denkst, einfach kurz beiseite legst und dir das einfach nicht mehr so durch den Kopf geht und dass du dich wirklich 100% jetzt auf diese Meditation fokussieren kannst. Sei einfach in hier und jetzt, alles andere ist gerade egal, es ist nicht wichtig. Du kannst dich später drüber kümmern. Fokussiere dich einfach auf diese Meditation. Die erste Frage ist, wie heißt du? Wo wohnst du? Hast du vielleicht einen Lieblingsplatz, Lieblingsort in deiner DR, an dem du einfach gerne Zeit verbringst oder einfach gerne bist? Mit wem verbringst du in deiner DR am meisten Zeit? Warum diese Person? Wo gehst du zur Schule oder wo arbeitest du? Gefällt dir deine Schule oder dein Arbeitsplatz? Die nächste Frage ist, wie sieht so ein typischer Tag in deiner DR eigentlich aus? Was machst du so? Was machst du so? Vielen Dank. Wenn du jetzt gleich in deiner DR bist, was ist das erste, was du machen willst? Gibt es eine bestimmte Person, auf die du dich am meisten freust? Wenn du geschifftet bist, wo wachst du auf und was wirst du als erstes sehen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt möchte ich, dass du einmal richtig das Bett, auf dem du liegst, fühlst. Achte wirklich drauf, wo es dich berührt, vielleicht an deinen Händen, deinen Fingerspitzen, das Kissen, auf dem du liegst. Ist es eher weich oder eher etwas hart? Wie fühlt sich deine Matratze an? Jetzt stell dir genau das vor an dem Ort, an dem du aufwachen wirst. Wenn du in deiner DR auf einem Bett aufwachst, dann stell es dir genauso vor. Wenn es an einem anderen Ort ist, stell dir genau vor, auf welchem Material du liegst oder sitzt. Wie es sich anfühlt, ist es eher gemütlich oder nicht. Werde dir wirklich von all dem bewusst und fühl richtig, wie du auf deinem Bett in deiner DR liegst oder an dem Ort, an dem du aufwachen wirst. Werde dir bewusst, dass du wirklich gerade dort bist. Du kannst shiften und du bist gerade geschiftet. Du hast es wirklich getan. Du bist gerade in deiner DR. Vielleicht ist es etwas schwer zu glauben. Vielleicht nicht. Aber du bist wirklich da. Fühl wirklich das Bett, auf dem du bist oder wo du aufwachst. Du bist wirklich gerade da. Du bist in deiner DR. Stell dir nochmal genau vor, was du jetzt machen wirst, wenn du aufstehst. All die Leute, die du kennenlernen wirst. Du kannst so leicht shiften und du hast es gerade getan. Und du bist wirklich einfach in deiner DR. Und du bist wirklich klar, dass du es geschafft hast. Du bist in deiner DR. Vielleicht hast du gerade gar keine Symptome. Vielleicht hast du mega Symptome. Es ist eigentlich egal, weil du hast es geschafft. Und denk an all die Momente, die du erleben wirst. Und all die Leute, die du endlich kennenlernen wirst. Du bist wirklich da. Du bist gerade in deiner DR. Auch wenn du es vielleicht gerade nicht so fühlst oder glaubst. Aber gleich, wenn du deine Augen öffnest, wirst du es sehen. Atme jetzt noch einmal tief ein und aus. Denk an all die Sachen, die du gleich erleben und machen willst. Und öffne deine Augen. Viel Spaß in deiner DR. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. 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 Bye-bye.